Patchwork ist in der Theorie eine wunderbare Angelegenheit. Man bekommt neben dem neuen Partner auch noch liebreizende, niedliche Kinder. Die Familie vergrößert sich und damit natürlich auch das gesamte Glück. Soweit die Theorie. In der Praxis sieht das Ganze oft ein bisschen anders aus. Hier ein kleines Beispiel. Nehmen wir Andrea Schnied. Getrennt von ihrem Ehemann, Christoph. Ein neuer Mann kommt in ihr Leben, Paul. Sie sind wahnsinnig verknallt. Leider hat Paul nicht nur ein paar Hemden im Gepäck, sondern auch noch seine 14-jährige Tochter, die vornrum zuckersüß ist und hintenrum ein richtig kleines Fuß. Und das ist noch nicht genug, denn dann gibt es auch noch die klamouröse Ex. Sie können sich vorstellen, wie so eine klamouröse Ex auf Andrea wirkt. Das alles zu lesen in Wundertüte. Ich freue mich auf Sie.